Die steht schon im Hintereingang, die ist Nummer 2. Unsere Aufgabe in der Kolonie ist es, regelmäßig die Vögel zu füttern und zu versorgen. Kommen wir dieser Tätigkeit nach, haben wir ein relativ schmerzfreies und entspanntes Leben. Sie sehen ja, dass wir die Vögel rausschubsen, gerade die erfahrenen Geier. Der junge Geier fliegt noch von alleine, er hat noch nicht verstanden, dass Laufen leichter ist als Fliegen. Die großen Geier, die schubsen wir aber.